ich hoffe es kommt nicht kein kampf also in kampf gegen nagy ist ich hoffe es nicht die muka hießen die ja tschuldigung ja selbst manipuliert worden schönen ventil ok ok das ist ein haupt boss aber das hat ja schon gut angefangen schön ich bin durchnässt und kann jetzt nicht mehr daschen ich gebe mein bestes wirklich ich gebe immer mein bestes überleben zu überleben ich mag ventil ventil kuhn mag es macht mich nass also ich bin mir werde schon werde schon richtig nass wenn ich wieneryscheinery spricht man das so aus naja zumindest machte ich wieneryscheinery richtig nass schon ist schon gutes design also kann das ventil muss ich schon muss schon sagen vor gut dann ja klar wir können immer psychokinese einsetzen so oft wir wollen und ausweichen bevor ich nass werde und wie was ich jetzt lc und rt gleichzeitig kann ich alles nehmen und aufeinander werfen ja was ist das das sieht aus wie die der angriff von karen danke jetzt ob ihr euch vom wasser verletzen als ob die also also ganz ehrlich als ob das wasser so stark ist dass du das so stark verletzt wirst ich mag es nicht dass das weinereyscheinery nur auf mich geht ich muss halt aufladen oder ich mache das hier und das psychokinese fällt jetzt angreifen los ich weiß nicht was die schwachstelle ist aber irgendwas hier ist die schwachstelle ich weiß es nur noch nicht was ob es das ventil ist ob es der körper ist ja so close jetzt auch nicht ja ich muss aufladen nein nein kasane kasane heilt sich weil sie schlau ist danke sie ist aber auch protagonist also von dem her also der schwanz der hinter ich bin ja bereit oh ich muss mich unbedingt mal gleich heilen heilig oh gott 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 das hätte schief gehen können kann das ding jetzt endlich mal sterben nein der körper gegen ende doch ein bisschen zu knapp meiner meinung nach mineryscheinery captain seto kasane das ist ein doppelgänger ja hallo ja das war's zu erwarten jetzt sind wir alle überrascht ich hoffe nicht du bist ja ich bin auch beeindruckt von diesem gesichtsausdruck naja naja du bist nicht so gut eigentlich ist der seto kaiber naja du bist 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 Nerefula Uh oh Mein Macht? Könnte es mit Kasane resonieren? Boom! Wahrscheinlich, wahrscheinlich, also, andere hätten schnellst herausgefunden, was die Plottwists sind und ich sitze hier und denke mir, was? Vielleicht wird es ja noch vorhersehbar. Ich habe gelesen, das Spiel ist relativ vorhersehbar. Obwohl ich dachte, bei Kasane, also ich dachte, ich habe gelesen, dass Kasane's Route die ist, wo, dass man Yui-To zuerst macht, weil Yui-To ist mehr voller Fragen und Kasane antwortet schneller. Weil Plottwists werden Kasane schneller gezeigt oder offensichtlicher gemacht, keine Ahnung. Irgendwie so war das. Eine Route spoilt mehr von der anderen Route als umgekehrt. Obwohl beides die gleiche Story erzählt. Es ist jetzt nicht so, dass es beide ein unterschiedliches Ende wirklich haben. Ich glaube, nur so leichtes, abgeändertes Ende. Hey, das ist... der Sumeragi-Kreste. Und dieser Mann da ist... ...dressiert wie der legendäre Yakumo Sumeragi. Yakumo ist zurück. Ey, Sumeragi. Er ist nicht Beshinunome. Ja, das... der... der... der geile legendäre Krieger hat lang durchgehalten. Ich glaube nicht, dass er so schnell erstickt. Er wirkt. Wird. So. Also. Der muss ja den Hals zerquetscht haben. Was ist passiert? Ich habe das in einem Traum gesehen. Kasane. Ja, ähm. Nee, nee, absolut nicht verwirrend. Immerhin. Also das schwarze Loch hat da schon viel zerstört und sieht da schon. Also, Brand. Ja, schön. Wo sind die anderen? Ist das Hanabi? Ja. 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 Huh? Warum ist das passiert? Endlich. Ich habe dich gefunden. Tsukumi! Danke, du bist okay? Ich bin okay. Kapitän Settel! Nein, es zu spät. Du bist alles klar. Gamma, was willst du? Du willst immer noch kämpfen? Nicht nach dem Erdbeeren. Niemand hat das Willen, um zu kämpfen. Erdbeeren? Du erinnerst dich nicht? Nachdem wir von Major General Karin waren, gab es einen wirklich großen Erdbeeren. Ich habe es nicht mehr gesehen. Es muss sein, als ich unbewusst war. Schau an den Skogen. Was ist das? Das schwarze Loch existiert doch noch. Okay. Warte, was über Kapitän Zettos? Wir können ihn hier einfach nicht verlassen. Ich werde ihn tragen. Lass uns jetzt nach unserer Heidung gehen. Jeder, folgt mich. Okay. Ich möchte Story-Erklärungen. Kann Kasani mal vorbeikommen und sagen... Ja, also... Das ist los. Wahrscheinlich ist das auch so ein Punkt, bei dem man bei Kasanis Rote sofort herausfindet. Bei Yurito sitzt man da und denkt... Ja, okay. Schön. Okay. Ja, aber das ist ein bisschen anders, als man denkt. Ja. 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 Gut, das hat er ja bei Nagi gesehen. Das Nage Yurito. Es war, als er versucht, die Nage zu halten. Captain Seto hätte das nicht getan. Das ist nicht jemand. Warte, Tsugumi. Gemma weiß das auch. Die Beweise, die er sehen war, so überzeugend. Ja, aber es sah nicht, wie Seto war in der Regierung. Und dann gab es das strange Schmuck im Meer, und ein Erdbeweg, nachdem du dich entfangen hast, von Major General Karin. Das war nicht ordentlich. Es war nicht ordentlich. Ein paar OSF-Soldierer wurden in dieser Schmuck. Auch dann würde er nicht aufhören, seine Pläne für die Rebellion. Das hat mich auch gefragt. Also, das ist das, warum du die Wahrheit hast? Ja, das ist nicht einfach eine Rebellion. Was ist nicht richtig. Ich muss wissen, was es ist. Die Rebellion, in der ich ein Teil war, hat Settow's Leben. Yurito, du glaubst Gemma, nicht wahr? Aber er hat uns nicht glaubt. Ich meine, dass er Nagi nicht vertraut, ist ja klar. Also, von dem her, er kann Gemma schon verstehen. Ja. 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 Ja gut, aber du hast ihn nicht getötet, das war ja eher Nagi. Also, von dem her... Ja gut, aber du hast ihn nicht getötet, das war ja eher Nagi. Also, von dem her... Also, das ist jetzt Standby-Phase, das war jetzt Standby-Phase. Also, egal. Was hat der Kapitän Settow getan? Ich sah es mit meinen eigenen Augen und ich kann es noch nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Was ist mit dir, Nagi? Gut, wir haben Hörnachrichten bekommen. Achso, die Nachricht von Mimi war doch gar nicht zu Ende, okay. Erfreulich, mit dir zu arbeiten. Es bringt nichts, jemanden im Team zu haben, auf dem wir uns nicht verlassen können. Du musst jetzt Taten sprechen lassen. Ich freue mich schon darauf, mit dir zu arbeiten. Jawohl, den habe ich doch gelesen. Glaube ich. Ja, das klang jetzt so richtig. Also... Gut. Mit Hanabi kann ich ein Vertrauensgespräch machen. Also, Vertrauens-Episode. Ich kann nicht glauben, dass Major General Karin Settow hereinlegen würde. Ich hätte dem Settow vertrauen sollen, den ich kannte. Ich habe, glaube ich, kein Geschenk für dich. Oh, Erste-Hilfe-Set für dich? Okay, gut, dann nimm's. Ich hätte es lesen können, aber egal. Bitteschön. Bitteschön? Ja. Ich tape meinen linken Arm ziemlich häufig. Ich kann das also gebrauchen. Da-da-da-da. Captain Settow war ein guter Mensch. Selbst Nagi. Deshalb will ich wissen, was da vor sich geht. Ich habe noch mehr Blumen für dich. Blumen sind toll. Okay. Ja, absolut überzeugend. Ich weiß. Vielleicht sollte ich mir mal mehr Sachen kaufen. Also gerade so. Also erstmal Highlight-Items. Neue Produkte sind da. Aber ich kann immer noch nur leichtes Gelee kaufen. Ist ja auch schön. Für dich kaufe ich gerne einmal das hier ein. Äh, das wollte ich... Ich hätte auch eigentlich schon wechseln können. Aber egal. Puh. Ich weiß halt nicht. Was ist bei ihm besser? Erhöht die Kraft des Anwenders. Ich glaube, das ist bei ihm ja eigentlich auch... Also bei... Gamma sehr nützlich. Deswegen wechsle ich mal Gammas Sachen. Hier. Und du kriegst Kraftfeld Nummer 2. Also wenn Nelle erst Level 18 ist, dann bin ich ja gut gelevelt mit 20 anscheinend. Würde ich sagen. Ähm... Feuerfeste Barriere. Das sind auch Chips. Oh je. Jetzt gibt es da sehr interessante Chips. Knöchelbandrot. Ein stilvolles Band, das um den Knöchel getragen wird. Gibt es irgendwie sowas ganz schreckliches. So eine Leichtschildbrille. Eine Schutzbrille. Ich kaufe es jetzt einmal, um zu weinen. Nehmen wir mal einen... Schützer für das Herz. Eine Inari Brille. Na komm. Ich hab Geld. Ich hab Geld. Sag es so. Äh ne ne. Äh... Tauschbörse. Können wir mal gerne nach Geschenken gucken. Datenverkleidungssonderbestellungen. AS Ausgaben sollen Moral erhöhen. Okay dann. Muss erstmal warten. Äh... Erste Hilfesets kann man ja gerne mal tauschen. Ich glaube zwar zweimal. Dann werden wir ein paar haben. Oder dreimal. Beruhigendes Blumengemälde. Können wir mal für sie kaufen. Luxusöl fehlt mir aber verlassener Tunnelumwelt C. Dann kaufe ich auch noch mehr Modemagazine. Da versuche ich einen kleinen Vorrat schonmal hab an Geschenken. So. Ähm. Mal kurz in die Ausrüste gucken. Das interessiert mich natürlich. Ähm. Wie kacke ihr aussehen werdet mit eurem neuen Kostüm. Nein. Ach das sind die Inari Brillen. Puh. Die sind ja absolut schrecklich aus. Ehrlich. Ach mal. Ich hab. Ich hab. Ich hab noch eins von denen auch wenn. Oder. Ist im Besitz das Kager oder schon hat. Oder ich weiß es ja nicht. Was will ich jetzt das hier geben. Kann ich jetzt dem hier auch. Oder kann das jeder tragen. Ist jetzt ihm wegnehmen. Nö. Die haben jetzt beide das. Ist ja absolut. Ich glaube das ist schrecklich. Komm wir machen das so. Ich brauche lächerliche Charaktere. Äh. Ihr beiden dürft noch normal aussehen. Aber irgendwann werdet ihr auch verändern. Also.